Ja Leute, klicke mit deinem Mittelfinger auf dieses Video. Also, hast du dieses Video mit deinem Mittelfinger angeklickt? Wenn ja, dann gute Arbeit. In diesem Video werde ich dir einige Herausforderungen geben. Also, bist du bereit? Level 1 Welche App hat dieses Logo? Like dieses Video, wenn du das erste Level bestanden hast. Jetzt Level 2 Nenne die Pflanze, die in der Wüste wächst und keine Blätter hat. Abonnieren, wenn du dieses Level geschafft hast. Jetzt Das schwerste Level Level 3 Setze diese Buchstaben zu einem neuen Wort. Vergiss nicht unten zu kommentieren. Wenn du alle 3 Level geschafft hast. Habt einen fantastischen Tag.